Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Monsieur. Maria, Madame hat mir gesagt, dass sie sie einstellen möchte. Nun, jede Arbeit hat Anspruch auf Bezahlung. Unserem letzten Mädchen haben wir 250 Fr. gegeben. Und ich habe beschlossen, dass sie... 400 Fr. 400 Fr.? 400 Fr.? Absurd ist das. 250 ist schon sehr grosszügig. Obendrein haben Sie keine Referenz? 400 Fr. Also, das sind 40.000 alte Fr. ist Ihnen klar, dass... 400 Fr. Sie sind ein Dickkopf. Ich warne Sie, ich stehe in dem Ruf, unnachgiebig zu sein. Also, ab in die Küche. Ich denke drüber nach. Also, Maria, ist gut. Sie bekommen Ihre 400 Fr. Aber offiziell erhalten Sie 250 Fr. von mir. Der Rest bleibt unter uns. Kein Wort zu Madame. Sehen Sie, wenn man will, findet man eine Lösung. Bis heute Abend, Maria. Maria, wenn ich sage, bis heute Abend, müssen Sie antworten, bis heute Abend, Monsieur. Wenn Sie möchten. Nein, das hat nichts damit zu tun, was ich möchte. Das gehört sich so. Ah, sehr gut. Gut. Bis heute Abend, Monsieur. Bis heute Abend, bis heute Abend, bis heute Abend.